Ich habe ein Anliegen. Bitte fassen Sie keine Wände, keine Türen an. Sie sind sehr klebrig. Der eine oder andere ist da schon mal stecken geblieben oder kleben geblieben. War nicht schön, den am nächsten Tag wieder da runter zuziehen. Ich finde es auf jeden Fall einen schönen Aufenthalt bei uns. Bei uns ist es jetzt bestimmt wieder rausgekommen am nächsten Morgen. Wir kochen ja leider noch sehr lange. Es ist anscheinend sehr voller Läuse. Ich habe gerade nicht gedacht, sie werden halt dann kurz zu. Okay, es ist ausreichend. Aber passen Sie auf, das kommt so. Sie haben da was? Einmal rein! Nein, sage ich jetzt mal. Hast du den verlaufen? Ja. 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 Das war's für heute. Und zisch! Ach, das ist ein Spiegel! Hälft mir doch bitte! Hälft mir doch! Hälft mir doch! Nein, ihr müsst euch beeilen! Bleibt zusammen, ich kann euch nicht lange helfen! Nein, ihr hört niemanden! Hallo, oh mein Gott! Komm zu mir! Was ist denn los? Ich bin vielleicht kleiner! Hallo! Lass ihn! Lass ihn! Lass ihn! Komm, komm, komm! Auf geht's! Schon wieder der Nikia! Lass ihn!